Horoskop für heute, Steinbock, 1. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die heutige Opposition von Merkur und Uranus kann Sie ablenken oder Ihr Denken vorübergehend beschleunigen. Desorganisation kann zu verpassten Gelegenheiten führen, aber alle Meinungsverschiedenheiten, die jetzt auftreten, können Ihnen helfen, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu sehen. Wenn Sie Ihren Geist frei machen, können Sie zu einigen faszinierenden, wenn auch vielleicht verrückten Offenbarungen gelangen. Gegensätzliche Ansichten können stärker sein als sonst, aber aus Kommunikation, Nachrichten oder weiteren Überlegungen können ungewöhnliche und aufregende Erkenntnisse hervorgehen. Erwarten Sie Unterbrechungen von Plänen und Zeitplänen oder eine soziale Meinungsverschiedenheit mit diesem Transit, aber ein wenig Aufrütteln kann Sie in interessante neue Richtungen führen. Es ist wahrscheinlich, dass es zu Spannungen kommt, daher ist es am besten, sich zu erden und Stress abzubauen, wenn er Ihnen nicht hilft oder Sie nicht positiv anspornt. Es gibt immer einen Grund, die Liebe zu feiern und sein Herz zu öffnen, und das kosmische Wetter wird Ihnen genau das zeigen. Während der mentale Merkur, der himmlische Botenplanet des Geistes und der Logik, weiterhin durch Ihr Solarhaus der Partnerschaften schlängelt, wird er einen Blumenstrauß zu Neptun in Ihrem Solarhaus der Kommunikation werfen. Dies stellt sicher, dass Sie mit Ihrem einen und einzigen absolut unglaubliche Gespräche führen werden. Wenn Sie ein offenes Gespräch führen oder etwas aushandeln möchten, vielleicht einen Zusammenzug, langfristige Pläne oder sogar einen Urlaubsort im kommenden Jahr, tun Sie es noch heute. Sie werden eine so süße und mitfühlende Beziehung finden. Unerwartete Informationen über Ihre größere berufliche Gemeinschaft werden auftauchen. Sie könnten in einige Geheimnisse eingeweiht werden, wenn Merkur im Skorpion dem rückläufigen Uranus im Stier gegenübersteht. Es könnte in Ihrer Branche oder Ihrem Bereich Drama geben. Es muss nicht unbedingt etwas mit Ihnen zu tun haben. Sie könnten jedoch Teil davon werden, wenn Sie sich an der Gerüchteküche beteiligen. Andererseits könnten Sie auf diese Informationen stoßen, wenn Sie Ihre beruflichen Plattformen durchsuchen. Was Sie mit den Informationen machen, bleibt ganz Ihnen überlassen, aber seien Sie sich bewusst, dass dies Ihre Sicht auf Ihre Gemeinschaft verändern könnte. Der heutige Aspekt erzeugt fast genug Feuer, um ein Streichholz anzuzünden. Kombinieren Sie dies mit Ihrer eigenen temperamentvollen Natur und Sie haben in diesem Monat jede Menge Energie, mit der Sie arbeiten können. Nutzen Sie sie auf die gesündeste Art und Weise, körperliche Betätigung. Überschüssige Energie muss mit dem Körper ausgedrückt werden, tanzen, Sex, Sport und so weiter, bevor Sie in den Geist gelangt. Unverarbeitet kann sich diese Energie leicht in Wut oder harte Worte verwandeln. Beschränken Sie außerdem Ihre Wasseraufnahme auf ein Maximum, um das Gleichgewicht zu halten. Sie werden in Ihrem Liebesleben unterstützt, aber Sie werden auch eine Phase der Arbeit und großer Verantwortung durchmachen. Sie könnten einige Probleme mit Ihren Kollegen haben, weil diese revolutionäre Ideen bezüglich der Arbeit haben, die zu Konflikten führen werden. Sie schätzen ein gewisses Maß an Veränderung und Neuheit, weigern sich jedoch, die von einigen Ihrer Familienmitglieder und Freunde eingerichteten Dinge in Frage zu stellen. Sie halten gerne an dem Fest, was Sie kennen, und finden daher Trost im Familiennest. Während Mars seine letzten fünf Tage in Ihrem Beziehungssektor verbringt, beginnt ein freundlicher Aspekt zu Neptun, der in Ihrem Kommunikationssektor, der gestern seinen Höhepunkt erreichte, in rückläufiger Bewegung ist, sich zu trennen. Sie werden eng verbunden bleiben, bis er geht. Merkur, der Planet der Kommunikation, wird sich in wenigen Tagen mit beiden verbinden, Mars wird jedoch am Wochenende mit Pluto im Steinbock kollidieren. Dies ist eine Chance, maximale Ressourcen in die Öffnung der Kommunikationskanäle zu stecken. Gleichzeitig wird ein Gleichgewicht zwischen Ihren eigenen und Ihren Beziehungsbedürfnissen immer wichtiger. Während sein freundlicher Aspekt zu Neptun, der in Ihrem Kommunikationssektor rückläufig ist und gestern seinen Höhepunkt erreichte, beginnt, sich zu trennen, werden Sie eine enge Einheit bleiben, bis Mars in fünf Tagen Ihren Beziehungssektor verlässt. Da Merkur, der Planet der Kommunikation, nur noch wenige Tage davon entfernt ist, sich mit beiden zu verbinden, werden sich die Bedingungen an der Kommunikations- und Beziehungsfront weiter verbessern. Täglicher Planetenüberblick. Heute bereitet das Universum die Bühne für ein überraschendes und möglicherweise transformierendes Gespräch, da Merkur im intensiven Skorpion dem rückläufigen Uranus im stabilen Stier gegenübersteht. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie das Gefühl haben, dieses Gespräch kommen zu spüren oder vorausgesehen zu haben, wie es sich entwickeln würde. Erwarten Sie jedoch eine Wendung, Sie könnten etwas Unerwartetes hören oder auf eine Weise überrascht werden, die Ihre Perspektive verändert. Wenn dies geschieht, gehen Sie mit offenem Geist und Herzen in das Gespräch und seien Sie bereit, jede neue Erkenntnis anzunehmen, die es mit sich bringt. Denken Sie daran, dass einige der mächtigsten Offenbarungen dann kommen, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Fragen Sie sich also, wann hat ein unerwartetes Gespräch das letzte Mal Ihre Sicht auf etwas verändert? Teilen Sie unten gerne Ihre Erfahrungen mit, Sie wissen nie, wer sich mit Ihrer Geschichte identifizieren oder Trost darin finden könnte. Ihr kreativer Funke brennt heute besonders hell. Sie strahlen eine erfinderische Energie aus, die Sie dazu einlädt, tief in ein Projekt einzutauchen oder etwas Neues auf den Tisch zu bringen. Vielleicht fühlen Sie sich bei der Arbeit inspiriert und sind bereit, Ihre Kollegen mit einer frischen Idee zu beeindrucken oder vielleicht denken Sie daran, Freunde für eine aufregende neue Gruppenaktivität oder ein neues Hobby zu gewinnen. Dies ist ein fantastischer Tag, um Ihre Interessen zu erkunden und zu sehen, wohin Sie führen. Wenn Sie jemals andere ermutigt haben, sich Ihnen bei einer neuen Beschäftigung wie einem Buchclub, einer Wandergruppe oder sogar einem Heimwerkerprojekt anzuschließen, wissen Sie, dass das Teilen unserer Leidenschaften mit anderen einfache Aktivitäten in unvergessliche Abenteuer verwandeln kann. Nutzen Sie also diese Chance, um Ihren inneren Anführer zu wecken und die Menschen um Sie herum zu inspirieren. Was wollten Sie schon immer einmal ausprobieren oder anderen vorstellen? Lassen Sie es uns wissen, vielleicht bringen Sie einige Ideen auf. Heute sind Sie jedoch möglicherweise von Ablenkungen umgeben, die Sie in verschiedene Richtungen ziehen. Vielleicht gehen Sie an der Bäckerei vorbei und riechen eine unwiderstehliche Leckerei oder sehen etwas Perfektes in einem Schaufenster, das Sie dazu verleitet, Geld auszugeben. Diese kleinen Freuden können aufregend sein, aber die heutige Botschaft dreht sich um Ausgewogenheit. Wenn Sie Ziele oder kreative Projekte im Kopf haben, versuchen Sie, sich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Ziehen Sie in Betracht, andere in Ihre Pläne einzubeziehen. Durch den Austausch von Ideen oder die Zusammenarbeit können Sie konzentriert bleiben und Ihre Vision schneller zum Leben erwecken, als wenn Sie sie alleine in Angriff nehmen. Und achten Sie darauf, sich selbst als Mastermind hinter dem Projekt zu würdigen. Der Schlüssel liegt darin, Ihre Prioritäten im Auge zu behalten und sich gleichzeitig an den kleinen Dingen auf dem Weg zu erfreuen. Beim Thema Romantik liegt vielleicht ein Funke der Faszination in der Luft, denn jemand könnte einen koketten Vorschlag machen, dem man kaum widerstehen kann. Er könnte aus dem Nichts kommen und ist deshalb umso verlockender. Manchmal machen solche Momente das Leben spannender, erfordern aber auch ein wenig Selbstbeherrschung. Genießen Sie den Moment und lassen Sie sich davon aufheitern, aber versuchen Sie, die Dinge im Gleichgewicht zu halten, besonders wenn Sie langfristig denken. Lassen Sie sich von Ihren Instinkten leiten, schließlich führt uns die Intuition oft zu dem, was das Beste für unser Herz ist. Finanziell stehen die Sterne auf Ihrer Seite, insbesondere wenn Sie eine neue Investition tätigen oder einen Kauf in Erwägung ziehen. Heute ist ein günstiger Zeitpunkt, um Pläne in die Tat umzusetzen, egal ob es sich um eine langfristige Investition oder um etwas handelt, das Sie schon lange im Auge haben. Freunde, die Ratschläge geben, kümmern sich aufrichtig um Sie. Berücksichtigen Sie also Ihre Einsichten, denn Sie können Ihnen helfen, die richtige Richtung einzuschlagen. Vertrauen Sie beim Einkaufen Ihrem Urteilsvermögen und seien Sie sich bewusst, dass Sie sich nicht von Verkaufsgesprächen oder Impulskaufen beeinflussen lassen. Haben Sie schon einmal einen Kauf getätigt, bei dem Sie sich nicht ganz sicher waren, der Ihnen aber am Ende sehr gut gefallen hat? Heute haben Sie das Potenzial, dasselbe Vertrauen und dieselbe Zufriedenheit zu erlangen. Körperlich und geistig geht es Ihnen heute gut. Sie strahlen positive Energie aus und andere können diese Harmonie spüren, die von Ihnen ausgeht. Wenn Geist und Körper im Einklang sind, entsteht ein Fluss, der alles ein wenig leichter erscheinen lässt. Wenn Sie sich mit Ihrem Fitnessprogramm, Ihren Gesundheitszielen oder Ihren täglichen Gewohnheiten gut fühlen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, andere einzuladen, sich Ihnen anzuschließen. Ob es sich um einen Trainingspartner oder eine Gruppe für ein gemeinsames Wellnessziel handelt, Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie ein natürlicher Motivator sind. Seien wir ehrlich, mit einem Kumpel auf dem Weg macht die Reise oft viel mehr Spaß. Teilen Sie also Ihre positive Energie und ermutigen Sie die Menschen um Sie herum, mitzumachen.